Im Süden des Gaza-Streifens sind offenbar drei Palästinenser bei einem Vergeltungsschlag der israelischen Armee ums Leben gekommen. Bei den Männern soll es sich um Mitglieder einer militanten palästinensischen Gruppierung gehandelt haben. Die israelische Armee bestätigte, einen Aussichtsposten unter Feuer genommen zu haben. Hierbei habe es sich um die Antwort auf die Platzierung einer Bombe am Grenzzaun gehandelt. Der Sprengsatz war von Fachleuten der israelischen Armee kontrolliert zur Detonation gebracht worden. Israels Armee teilte unterdessen auch mit, ein Soldat sei seinen Verletzungen erlegen, die er sich bei einem Einsatz im Westjordanland zugezogen hatte. Hunderte Trauernde nahmen in Jerusalem an der Beisetzung des Israelis teil.